Ich verkaufe zu Hause. Wie tun es Leute? Ich habe keine Bestellung. Am Anfang kommt der erste oder zweite Song. Dann kommt das ganze Gesicht. Dann ist es wie eine Wohnung. Plötzlich ist es wie ein Miethaus. Es gibt immer mehr Leute. Den kannst du vorbringen. Ich verkaufe zu Hause. Ist jemand interessiert? Bei dieser Schiebe hat es eine Stimmung. Das finde ich cool. Wir hatten zwei neue Leute. Man ging sehr aufeinander. Es war so gewacht. Es verflächte sich zusammen. Es ist wirklich atmosphärisch. Ich finde es eine coole Schiebe. Wir machen eine Probe. Ich habe hier ein Schraubeproblem. Ich habe hier ein Schraubeproblem. Wenn es nicht so viele Leute waren, die den Soundcheck hörten, aber so eine neue Soundcheck noch gar nicht mehr. Ich habe hier mal vorgestellt. Da schaust du dann schon. Da reagiert jemand und so. Und der Kameramask hat gesagt, saubere Bühne zu kühlen. Das gute Bühne ist, wenn man draufsteht, dann muss man einfach dort in die Hose dungen. Dann muss man einfach Gas geben. Und das ist das, was immer dann auch über die ersten Gigs redet. Auch wenn dort die Zeug in die Hose gehen, dann haben die Leute auch noch Freude, wenn etwas nicht so klappt. Irgendwann hat man als Musiker das Gefühl, man kann nicht mehr am grossen Ganzen nicht mehr eigenes Beifügen. Manchmal hat man das Gefühl, man steckt im Loch und plötzlich geht es wieder weiter. Ja, und dann fährst du mal. Wir trinken Flaschen und sind nirgendwo geschlafen. Schon wieder ein Tag mehr, wenn wir uns noch nicht heilt werden. So, jetzt kommt ein Tag Sprach, wo es genau so schneidet, wenn man in die Hose 해�орт sie nicht After nichtNIver sch corazón, mehr so sowas, wenn man bei einem Florian spricht��